Was ist mit dem WL verbrannt? Es geht! Also... Nicht mehr so arg? Nein! Ich steck doch nicht mehr so arg! Es war vielleicht schon mal ein Gebleib, ich hab so ein Stück anzeigen. Du brauchst schon, oder? Es ist mir egal, ich bin gut von 50,50 Euro, aber es kann es nicht sein, das ist fast voll und lässig. Schleif jetzt auf eine Seite ziehen. Schleif jetzt auf eine Seite ziehen. Ja... Schleif! Ach, du kriegst das kein Blitz! Ach, Thomas! Du tust durch bestimmten Chancen hier für mich, oder? Ach, das kann sein! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!